Der Ecoplano 2, minimalistisches Design mit moderner Technik. Seine Form erinnert ein wenig an die Flugzeugpropeller längst vergangener Tage. Und tatsächlich bewegt dieser Deckenventilator die Luft in die richtige Richtung. Mit einem Flügeldurchmesser von 132 cm belüftet der Ecoplano 2 Räume mit einer Größe von bis zu 22 m². Sein kleines Pendant, der Ecoplano 2 112, ist ideal für Räume bis zu 15 m². Die Zusatzbezeichnung ECO deutet den integrierten 6-stufigen Energiesparmotor bereits an. Damit verbraucht dieser Deckenventilator bis zu 65% weniger Energie als herkömmliche Wechselstromdeckenventilatoren. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung erlaubt die Steuerung von Drehgeschwindigkeit und Laufrichtung. Weiterhin ist die Funktion eines Schlaftimers integriert, die den Ventilator nach der eingestellten Zeit, die von 1 bis zu 9 Stunden betragen kann, ausschaltet. Wer sich für die optional erhältliche Anbauleuchte entscheidet, kann außerdem die LED-Leuchte über den Handsender der Fernbedienung, unabhängig vom Betriebszustand des Ventilators, schalten und dimmen. Das Design des Ecoplano 2 schafft ein modernes Ambiente und gleichzeitig eine effiziente Raumbelüftung.